hallo liebe youtube gemeinde und willkommen auf einer einer neuen runde auf dem public test server von meshwarrior online so ich muss erst mal kurz meine waffen umbauen so okay die klaren eher medium laser musisch aufpassen mit acht stück davon sind ein bisschen warm wo sind sie nur ich will sagst du läuft der mit speedtreeks thomas 6,9 ich meine jetzt eigentlich den direwolf so 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 weiter wieder abkühlen wieder abkühlen da stehen sie alle da stehen sie nie wieder zu schnell ich habe zu schnell geschossen ich muss die anlass die waffengruppe anlass machen ist dann definitiv doch zu warm sonst über c4 jede menge jetzt eigentlich bei b4 durchdrücken naja hat sich ja gelohnt das ist ja echt tödlich das ding in der normalconfig hat aus versehen in alpha gemacht und war eine gefühlte minute aufladen ja das passiert ich glaube sogar länger als eine minute ich bin zu langsam wieder durchzulaufen einfach die müssen wir umbauen das womit das geht gar nicht es gibt nur klaren er medium aber ich habe ganz gut abgeschnitten ein kill drei assists 867 schaden ja dafür dass er nicht gelevelt ist und nix ist das schon nicht schlecht gewesen so seid ihr alle tot ja dann können wir ja rausgehen tschüss 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 tschüss